Hi meine lieben, 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 herzlich willkommen zu I'm on Observation Duty 6. Anstatt neue Level zu machen, gibt es einfach mal wieder neue Spiele. Ich bin so gespannt. Ich habe zwar andere Spiele zwischendurch in der Art gespielt, aber Observation Duty selber hatte ich jetzt... Das Fünfer hatte ich, glaube ich, gar nicht gespielt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und darum starten wir jetzt direkt in 6. Das ist gerade im 1. September rausgekommen, ganz, ganz neu. Und wir lassen uns mal überraschen, was passiert. Und ich würde mal sagen, let's go. So, wir können jetzt hier einige aussuchen. Zug, Hotel, Krankenhaus, Universität, Sommerhaus, Pool. Was wollen wir denn machen? Wollen wir mal Train nehmen? Komm, wir nehmen mal Train. Okay. Okay. Das übliche A und D. Gut. Wir hören uns da reinfummeln. Wie müssen wir es immer tun. Wow. Okay. Attention. Attention, attention. Attention. Ja. Ich gehe jetzt noch nicht so ganz durch. Okay. 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 Ich gehe jetzt noch nicht so ganz durch. Wo ist der? Ach so. Im WC. Ah, okay, okay. Jetzt verstehe ich das. Das kann ich machen. Ich kann aber auch hier rauf gehen. Okay. Gut, dann fangen wir mal an zu beobachten. Okay, jetzt sind wir wieder am ersten Zug. Okay. Private C. Achso. Sleeping C. Ach, da steht's. Okay, okay, okay. Jetzt, äh, ja. Okay. Steht ja alles da. Gut. Es sind jetzt gar nicht so viele Räume. Guckt jetzt noch nicht so kompliziert, aber mit Sicherheit ist hier jetzt schon einiges passiert. Warum kann ich das auch so machen? Gibt's da einen Unterschied? Anomaly detected. Ist da ein Unterschied, ob ich das so mache oder anders? Ist da ein Unterschied. Also anscheinend kann ich noch bestimmte Sachen, also ein Riss, Kamera falsch, achso, das sind vielleicht Sachen, die ich nicht anklicken kann. Das Torstein schnell vergessen, was es ist, Ghost, okay, okay, die schwören können ja aber vorher nicht ausgeklappt, erstaunlich, dass ich diesen Becher entdeckt habe. Der Stuhl hat sich bewegt, definitiv. Ist das jetzt schon wieder, oder steht der jetzt einfach anders, als er vorher stand? Okay, er hat sich einfach bewegt, er stand anders. Was ist das hier? Ich muss gerade nicht erkennen. Ist das ein Sitz? Ja, ah ja, okay, okay. Ich weiß nicht, ob ich den Sound lauter drehen muss. Ich werde erstmal hier lauter drehen. Huch! Schwarze Kotze oder Blut? Man weiß es nicht. Wir haben die erste Stunde geschafft. Ja. Ui. Okay. Noch geht's. Ist das nicht ganz cool jetzt mit dem Anwählen? entspannt die Situation ein wenig? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das am Anfang schon einfach nicht gesehen habe, oder ob das von Anfang an wirklich offen war. Nee, okay. Ja. Auch Äpfel haben wir jetzt. Noch zur Abwechslung. Gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob irgendwas Distortion heißt. Ich habe Angst, dass draußen plötzlich irgendwas ist. Ich habe Angst. Warte es jetzt hier Ruhe, oder? Wie schaut's? Zug finde ich ja cool. Auch wenn es jetzt nicht so super viele Räume sind. Das ist eigentlich vielleicht auch die Sache ein bisschen angenehmer gestaltet. Es wirkt aktuell etwas einfacher als die anderen Spiele. Was jetzt nicht heißt, dass es ist. Also das werden wir dann rausfinden, ob ich in der Lage bin. Gibt das ja, wenn man das sieht, wenn sich in dem Moment was bewegt. Leuchtet das? Das ist vorher nicht geleuchtet. Oh, das war von Anfang an eigentlich da. Huch! Mr. Skeleton, was liegen... Also, ja gut, Deutsche Bahn halt, ne? Deutsche Bahn. Beste Werbung. Schüppig. Hier in der Schrift was ändert, das so klingt. Ja, zumindest jetzt noch nicht an diesem Punkt jetzt im Spiel. Hat das bewegt? Ich dachte eben... Oh! Die waren vorher nicht da. Ja, das war jetzt... Das war sehr eindeutig. Oh! Deutsche Bahn! Jetzt stellen wir fest, dass es schon etwas länger her ist. Verschimmelt. Unser Sandwich. Unser Sandwich. Etwas länger unterwegs. Hier ist irgendwie gar nicht viel los, ne? Also außer der Becher da, aber... Ansonsten war bis jetzt in dem Raum noch nicht viel los. Also dafür, dass man hier viel machen könnte. Du meinst das jetzt. Was wirklich Gruseliges ist, es uns bis jetzt noch nicht begegnet. Also es ist mir völlig sicher, ob sich da was bewegt hat. Aber das konnte man ja, wenn dann nicht melden, weil... Ja. Zwei Uhr. Oh! Ah, okay. Das muss ich, äh... Ist das Kamera-Mail-Function? Nein, scheiße, falsch. Äh... Pass-Pess-Sent-Jaz-Zi. Da. Weil... Nee. Ach, kann ich so melden? Ich hab das nicht gesehen. Oh, ich bin tot. Okay. Okay. Ich hab das nicht gesehen. Doch! Doch, die Tür war... Wow. Okay. Oder muss ich das anders melden? Ist das ein Ghost? So gemacht, okay. Anomaly fixed. Okay. Was ist lustig in der Weste? Ist das ein lustiger? Ich hab mich in die Weste gesteckt. Guck, wie lustig ich bin. Guck! Vielleicht siehst du mich ja nicht. Oh, Gott. Hm. Na gut. Ich muss einfach den Blick für kriegen. Ist ein bisschen anders gelagert. Aber gut. Ist ja nicht schlimm. Grafisch ist es super. Also muss man jetzt echt mal sagen. Grafisch ist das Game top. Richtig gut aus. Was jetzt? Attention, attention. Mehrere Aktivitäten. Okay. Das ist natürlich scheiße. Und ich weiß nicht wo. Siehst du? Mehrere. Also die haben wir erst mal. So. Mal noch mehr. Es ist ein bisschen Zeit geworden wieder. Aber nicht ewig viel. Vielleicht hier irgendwas. Scheiße. Und ich... Wir haben ja echt schon gut Sachen gefunden. Also... Mehrere Anomalien. Mehrere vor allem. Da war ich der Meinung. Ich habe das bis jetzt ganz gut gesehen. War da gerade was? Ne. Tja. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber 16 haben wir gefunden. Äh... You missed Camera Mail Function. Poster Anomalien. Eindringen habe ich nicht gesehen. Die drei. Das ist ja cool, dass jetzt angezeigt wird. Also eine Kamera-Fehl-Funktion. Ein Bild hat sich verändert. Habe ich nicht gesehen. Im Dining Car. Und ein Eindringen liegen bei Passenger's C. Okay. Nicht gesehen. Ich würde mal sagen, wir gehen noch eine Runde im Zug. Let's go. Auf geht's. Oh, ich kann mal nicht aufhören, ne? Bei diesen Spielen. Äh, das brauche ich nicht. Okay. Aber eine Kamera-Fehl-Funktion. Gut. Vielleicht habe ich die auch einfach nicht wahrgenommen. Äh, und irgendwann war es dann... Ich weiß ja nicht, ob die Anomalien, ob die irgendwann quasi weggehen und dann als nicht gefunden gelten. Ob das auch passieren kann? Ich weiß es nicht. Ich weiß trotzdem nicht, wie der Koffer, was an dem Koffer vorhin falsch stand. Ach so, Poster im... Ach hier. Hier wird sich irgendeins verändert haben. Von diesen Bildern. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Das habe ich einfach nicht gesehen. Das ist auch nichts zu hören, ne? Es ist totenstill. Doch, ich glaube, es war beim Spielen immer so, ne? Musik war da, glaube ich, nie, äh, irgendwie bei. Was zwischendurch nur... Fehlt hier ein Monitor. Ich würde mal gucken. Äh, aber anscheinend nicht. Okay. Gut. Dann kam die Lücke eben unglaublich groß vor. Die Lücke eben war da. Wo soll gut dran? Ah, das stimmt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, dass ich eigentlich ganz guten Blick dafür habe. Das war jetzt sehr eindeutig. Ist da oben jetzt was verändert oder nicht? Ich weiß es doch auch nicht. Und Intruder finde ich... Also das fand ich ja noch mit am... Also Intruder hatte ich ja nun irgendwie gar nicht gefunden. Also noch nicht mal annähernd, ne? Die, finde ich, sieht man ja eigentlich immer noch mit am besten. Wie den in der Weste, den lustigen Mann. Aber er muss irgendwo gewesen sein, was ich nicht gesehen habe. Und da ist der Sitz. Das ist okay. Das ist sehr eindeutig. Das ist ja eindeutig. Mhm. 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 Der sich irgendwie bewegt. Keine Ahnung. Ich weiß noch, ob das hier Cola-Flasche irgendwas ist. Aber bis jetzt nicht. Oh. Äh. Das ist ein Abyss. Würde ich jetzt mal sagen. Oh. Das habe ich eher gehört, als dass ich es gesehen habe. Und zwar denke ich, da draußen befindet sich was. Das ist, wüsste ich gerne mal. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was es ist. Tja, die Bären ist doch irgendwas. Irgendwann nicht mehr in Ordnung. Nach der letzten Runde möchte ich jetzt nicht wissen, wie viel ich hier jetzt wirklich übersehe. Aber es waren ja nur drei Sachen, was jetzt eigentlich ja nicht wirklich viel ist, wenn man es mal so nimmt. Ne? Ne? Hauptlich jetzt mal. Hier schon wieder. Aber camera mail function? Ist mir nicht klar, was das hätte sein sollen. Ehrlich gesagt... 2 Uhr. Wie war es von geschafft bis 3, ne? Glaube ich. Da war aber nichts, glaube ich. Nee. Hm. 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 Ich frage mich mal, kommen uns dann die Ereignisse durch die Kamera holen und saugen uns hinein? Oder werden wir einfach nur entlassen? Hopp. Das wäre mal interessant. Schau fahren! Wenn sich hier was verändert, dann stelle ich das nicht fest. Wenn sich hier was verändert, dann stelle ich das nicht fest. Hallo ihr Geister. Tut doch mal... Steckdose. Tut doch mal... Oh! Was liegen sie denn hier rum? Das ist bestimmt deutsche Bahnmitarbeiter. Der hat sich da jetzt mal hingehauen. Ah, kein Bock. Haha. Haha. Hahaha. Jetzt wartet sie mal nicht. Oh. Ja. Der gehört ja nicht hin. Der stand ja vorher nicht. Genau. Das war sehr eindeutig, was die Tassen bewegt. Kommt doch bestimmt gleich wieder die Warnung, dass ich irgendwas übersehen hab. Okay. 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 ein bisschen viel wasser genommen war klar war so klar aber ich weiß nicht wo 3 Uhr ja gleiches Zeitfenster bis 6 Uhr muss man es schaffen keine Ahnung ist hier nichts ist das doppelt? oder muss das so sein? jetzt bin ich mal gespannt also in deinem K hat sich was bewegt in deinem K wurde was verrückt Kamera Mail Function was soll es ist eine Fehlfunktion der Kamera aber komm eine Runde machen wir noch ich will es am liebsten will ich es erschaffen ja Okay, also dieses Herzposter ist wirklich doppelt. Das ist auch doppelt. Es sind alle doppelt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay. Gut, also da fehlt wirklich der Monitor. Kamera, Mail, Function. Müsste ich doch hier auf dem also auf dem Bildschirm allgemein sehen. Das verstehe ich nicht. Das irritiert mich. Tu schon wieder. Soll es arbeiten, Mann, nicht da rumliegen. Entschuldigung, war diesmal nicht mit bei, den ich übersehen habe. Ich bringe es mir jetzt an der Weg. Schon wieder 20 Minuten. Hatten sich da etwas blickt, aber habe ich es nicht gesehen. Definitiv nicht. Ich bin ein bisschen erkältet. Das tut mir leid. Da war gerade ein Geräusch. Aber ich weiß nicht, wo. Ghost. Geh mal Ghost ein. Es gab hier gerade ein Geräusch. Ich habe es gehört. Aber wo? Oh, Schock, ey. Meine Fresse. Ich habe es ganz genau gehört. Ich werde nachher beim Videoschnitt nochmal ganz genau hinhalten. Ich stelle vor euch, wenn es dann sogar auch lauter machen. Ich schwöre, da war ein Geräusch. Aber in Fruder gibt es hier gar nicht, ne? Ne, gibt es nur Ghost. Aber gut, in Fruder kann ja auch sein, indem ich es anwähle, wie bei dem, der in der Weste hing hier. Ich habe es ganz genau gehört. Ich stelle hier, da war ein Geräusch. Ich weiß nicht, woran ich das erkennen soll. Ähm, der hat ans Waschbeck gekotzt. Ich weiß nicht, woran ich das kann, aber ich weiß nicht, woran ich das kann, aber ich weiß nicht, woran ich das kann. Das wird ja mit der Kamera-Fail-Funktion, das macht mich am meisten fertig. Und dass ich das Heulen eben nicht identifizieren konnte. Und mich schwirren könnte, dass es da war. Ach, hier, da ist was. So. 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 Okay, irgendwas war jetzt hier anders. Jetzt war es das Schild oder der Becher, oder? Weiß ich jetzt nicht. Okay. Egal. Irgendwas war anders. Das hat sich nicht belegt, oder? Teddy, enttäuscht mich nicht. Gut. Ah! Die Tür war. Ja, außerdem, dass draußen irgendwas ist, sodass ich da einfach diesen Blick nicht für habe. Im Moment noch nicht. Für draußen. Jetzt hat er sich... Ah! Ich habe gesagt, enttäuscht mich nicht, Teddy. Ich habe gesagt, enttäuscht mich nicht. Er sagt, enttäuscht mich nicht! Ah, äh, Leitz im Passengers-Zieh. Mhm. Jetzt zieh mal ein bisschen Anspiel. Das macht es etwas leichter. Ohne mir gleich wieder die Meldung zu geben, ey. Mit dem WC habe ich noch nie was verpasst. Instant Suffering steht da um. Ist doch falsch. Aha. Okay. Das ist auch gleich nochmal mit. Instant Suffering. So geil. Okay. Das ist jetzt ein... Oder? Nee. Äh. Distortion. Okay. Verzeih. Okay. Mhm. Mhm. Ah. Wo ist sie doch? Früher ist mir den Bild aus nicht in Ordnung. Dem brauchen wir noch gar nichts im Moment. Das Ding hier bewegt. Jetzt kriegt's wieder 3 Uhr, wahrscheinlich wieder die magische Grenze dann. Ah! Meine Fris. Hab doch gar nicht gemerkt, ne? Meine Fris. Meine Fris. Meine Fris. Meine Fris hat sich was bewegt, aber die Dinger die da sind, davon hat sich gar nichts bewegt. Ah, das schon wieder. Die Schuhe waren noch nicht mit bei heute. Also jetzt. Nicht heute. In dieser Runde jetzt. Ich bin jetzt nicht sicher bei den Pügeln. Ja. 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 Das ist also kein Camera Mail Function. Das ist, äh, ja. Das ist halt einfach nur ein normaler Anomali. Das ist es also nicht. Ah! Unser lustiger Kumpel war noch nicht da. Wird ja auch irgendwie von Runde zu Runde schlimmer, ne? So, das kennen wir schon. Auf vier. Auf vier. Das ist ein Pana. Tod Gott kanns. So, ich mach das jetzt einfach mal auf Glück. So, ich schliebe auf C. Oh, cool. Das hat man auch noch nicht. Fußabdrücke. So sieht das also aus. Okay, so gut, warum man alles gesehen hat. Was ist für Uhr? Vier Uhr. Okay. Okay. Lighten, privacy, okay. Sjá, nog maar. Give me a sec. Steffen, droga. Und der hinten auch. Achso. Mach gleich alle beide. Automatisch, okay. Gut. Ach da. Der Abyss. So, hier wurde die Zeitung geändert. Schon mal Erdbeeren drauf? Wahrscheinlich. Hm. Weiß auch gerade nicht, ob sich, äh, einfach mal wiederholen können. Wahrscheinlich, oder? So groß ist doch die Bandbreite wahrscheinlich nicht, oder? Wo war es schon halb fünf? Ähm, leicht. Ich traue diesem Kameramilf-Function nicht mehr. Nein, da, das ist anders, die Zeitung ist anders, das zeige ich euch gleich. So lustiger kleiner Freund kommt heute gar nicht, also in dieser Runde. Okay, jetzt ist Zeitung und Kampf im Bücher ganz weg. Ah, die hatten wir in der ersten Runde. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Oh, das ist woanders. Was ist das? Huh! Oder muss das jetzt so sein? Musik. Das irritiert mich jetzt. Okay, ich höre das aber überall. Also es hat jetzt anscheinend nichts speziell mit dem Raum zu tun. Ich schwöre, wenn hier hinten fehlt was, aber gut. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Musik. Ach. Ah. Hier ist das Skeleton. Ja, ich weiß. Wir haben ein wenig Verspätung. Aber nicht viel. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben nur ein bisschen Verspätung. Minimal. So 241 Jahre. Länger nicht. Brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Sie schaffen es noch rechtzeitig. Wohin auch immer Sie wollten. Also die Poster? Passiert jetzt so gar nichts, ne? Nee. Ist ja auch nicht so viel Spielraum, um Sachen umzustellen. Äh, Ghost, würde ich mal sagen, ne? Ghost. Ich hätte jetzt sonst nicht gewusst, was es sonst sein soll, wenn kein Ghost. Muss ich da was verändern? Nee. Schuhe haben uns bis jetzt auch nicht besucht. Kommt vielleicht noch. Enttäusch mich nicht nochmal. Oh, da, 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 da. Sehr schön. Okay. 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 Ich habe noch keine wahre Meldung bekommen bis jetzt. Kommt wahrscheinlich gleich. Da ist es wieder. Was? Nein! 58. Na komm. Schaffen wir. Ah, dann ist die Musik wahrscheinlich in der letzten Stunde. Drei Versuche nur. 31 Anomalien. Ob ich jetzt welche, welche gesehen habe, übersehen habe, kann ich jetzt nicht sagen. Wow. Wow. Okay. Gut. Das war, äh, das Train Level von I'm Observation Duty 6. Ich würde mal sagen, wir gucken uns die nächsten Tage dann mal das Hotel an. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns die nächsten Tage zu einer neuen Folge. Macht's gut. Bis dann.